Willkommen bei OneSoloGaming. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es gut. So, wir sind, glaube ich, in dem letzten Fall. Wir werden hier was finden. Miss Layton, schau mal, was mit der Post kam. Er ist an Professor Layton adressiert. Lies es bitte laut vor, Ernest. Ich habe den Richmond-Schatz entdeckt. Jetzt will ich ihn teilen und lade zu einer Rätellösefeier ein, die an Weihnachten stattfinden soll. Wer teilnehmen möchte, sollte sich am Richmond Court einfinden. In stelle Erwartung, Lord Drittrow. Interessant, der legendäre Richmond-Schatz. Richmond-Schatz? Das ist in der Stadt eine sehr berühmte Geschichte, Cheryl. Hier in London wurde vom zwischenzeitlich verstorbenen Multimillionär Maximilian Richmond ein richtiger Palast erbaut. Seit seinem Tod ist dieser Ort verlassen. Die Leute vermuten aber, dass irgendwo in dem gewaltigen Herrenhaus ein Schatz versteckt sein muss. Deshalb brechen auch dauernd Leute dort ein, die ihn zu finden versuchen. Es ist inzwischen zehn Jahre her, dass Maximilian verstorben ist. Aber was soll denn diese rätsellöse Feier, um ihn zu verteilen? Das klingt ziemlich schräg. Ob das wohl ein Schwindel ist? Mag sein, aber es klingt lustig. Wir gehen dahin. Ich glaube, dein Name steht doch gar nicht auf der Einladung. Das mag an dem Schild über der Tür liegen. Da steht ja auch nur Leighton. Ich vermute, der Absender der Einladung hofft auf die Teilnahme eines berühmten Rätsellösers. In diesem Fall ist die Einladung genau bei der richtigen gelandet. Wenn jemand Papa beim Rätsellösen übertreffen kann, dann bin ich das. Oh, im Ernst? Das ist also Richmond Court. Hm. Es ist vor die Hunde gegangen. Aber man merkt noch, dass es mal was war. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oho, schau sich das an! Meine Güte, wir waren nicht die Einzigen, die diese rätselhafte Einladung bekommen haben. Das ist eine eindrucksvolle Gästeliste. Ja, sieben von Londons reichsten Bürgern. Ich wusste nicht, dass Sie auch kommen würden. Hallo, Mr. Heller. Ich sehe schon, Sie sind in guter Gesellschaft. Ich frage mich jedoch, warum wir alle zusammen hier sind. Ja, das bereitet einem Kopfzerbrechen, nicht? Ich weiß nicht, worum es da geht, aber wer findet denn eine solche Nachricht nicht spannend? Das sehe ich auch so. Eine derart faszinierende Einladung lehnt man doch nicht ab. Seid herzlich willkommen! Willkommen im Richmond Court. Ich bin Ihr Gastgeber, Lord Gridrow. Hm? Ich möchte Sie gerne einladen, an einem Spiel mit mir teilzunehmen. Einem rätsellöse Spiel. Mit den allerhöchsten Einsätzen. Das ist doch verrückt. Verlieren Sie, wird Ihr gesamtes Vermögen der Düster Diamantstiftung gespendet. Also, auf dem Tisch vor Ihnen liegen einige Verträge. Bitte, unterzeichnen Sie sie. Es wird noch verrückter. Sie können sich natürlich schweigern, solange Sie nichts dagegen haben, dass Ihr gemeinsames, düsteres Geheimnis offenbart wird. Geheimnis? Oh ja, ich bin mir sicher, die Unterschreiben nur allzu gern. Das klingt doch alles völlig abgedreht. Oh, ja, das klingt doch unterhaltsam. Ja, zählen Sie auf mich. Oh ja, die Bürgermeisterin scheut keine Herausforderung. Was für ein Spaß. Warum nicht? Klingt, als ob man da investieren sollte. Genau. Wir Löwen sind nur so weit gekommen, weil wir keine Risiken scheuen. Ich bin dabei. Ich bin der gleichen Meinung wie Sie. Sola, was denken Sie? Ich... Ich denke, ich sollte es versuchen. Unterschreibe ich hier? Wer Sie auch sein mögen, Lord Gridrow. Sie bekommen Ihren Wunsch. Wir haben alle unterschrieben. Hervorragend. Dann fangen wir mit dem Rätseln an. Und dann fangen wir mit dem Rätseln an. Ich bin der Film. Ich bin der Film. Ich bin der Film. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020